Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy und ja, ich hab immer noch zwei Level zum Feuchhacken, ich komme nicht dazu. Wir sind hier bei den beiden, glaube ich, stehen geblieben. Salt Shaker und Master Blaster. Wieso ist das schon geschafft? Ich muss grad noch mal gucken, was den Bart hier denkt. Ach ja, das. Ja, das lass ich jetzt erstmal, weil ich hab mir anguckt, wie es ging und es könnte ein bisschen länger dauern. So, genau. Dieses Level wollte ich eigentlich angehen. Durch den Turbets. So. Zack! Ah, ich bin doch gesprungen! So, rüber. 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 Ringen. 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 Rangeln. Ah verdammt. Das war dumm. Rüberspringen. Und schön in die Turret rein, muss ich erst mal wieder das Timing angewöhnen. Der. Ringen. Ringen. ich hab dir das gesehen! Boah, wie die Team genommen hat. Wunder mich nicht. Das war schon ziemlich genial. Wir hängen. Wir hängen. Tschüss. Tschüss. Jetzt rüber. So. So. Nein! Boah, das sind so viele Turrets. Viel zu viele. Jetzt hab ich die schon geschafft. Wenn er mich nicht so gemacht zu haben. Zack. Zack. Hoch. Hier lang. Rängen. Wunder. Verdammt. Hier muss ich dann gleich zur Seite springen. Weil hier sind dann gleich zwei Turrets für mich. Na! Fies. Fiese, fiese Turret. Geschafft. Sehr hängen. So. Hoch. Verdammt, das hätte ich kommen sehen müssen. Die Turrets sind eben wirklich gut zugegriffen. So. Genau. Schieß. Hoch mit uns. Hier lang. Nächste Turrets im Ziel. Runter. Verdammt, ich hab gedacht, ich schieß gleich. Läger denken, mehr spielen, wie ich immer sage. Hey, ich glaub, das könnte mein Kanal-Motto werden. Das muss ich wirklich machen. Das passt nämlich richtig gut zu mir. Du bist Brüger. So, zack. Hoch. 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 Hier lang. Habt ihr das gesehen, wie der zurückgekommen ist? Runter. Winterschießen. Ah, nein. Ich wollt doch wieder. Die Stelle ist echt schwer. Ja. Ich weiß ungefähr, wie sie zu tun ist, aber was dann auch hinzukommen ist gar nicht so leicht. Runter. Kommt. Genau. Springen. Hier oben. So, komm, schieß. Guck mal. Hier kann ich nämlich hier lang. Hier kann ich ausweichen. Guck mal. Guck mal. Verdammt, nochmal. Verdammt. Da hab ich natürlich was falsch gemacht. Ah nein. Wie sollst du dir den Kopf angestoßen werden? Ich gehöre. Wo machst du dir den Kopf angestoßen? Zack. Hoch. Ja, fies. Hoch. Ausweichen. Zack. Ausweichen. Verdammt. Ah. Ah. Hört. Wie hab ich das Ding gemacht? Und dann tue ich einfach weniger denken, mehr schütteln. Und Ups. Gut, das wäre so ganz gut geschaut. Nein. Ich war zu gierig. Ich würde mir wirklich machen, als es ging. Zack. Tschüss. Ja. Genau so wollte ich das haben. Ganz einfach hab ich kapiert, wie das funktioniert. Was zum... Das war aber ein Glitch eben. Wie bin ich denn da durchgeglitcht? Habt ihr das gesehen? Interessant. Äh, ja, ich war von dem Glitch noch ein bisschen abgelenkt. Das ist jetzt hier nicht geschafft. Das ist nämlich gar nicht, dass ich die gemacht hab. So. So. Tschüss. Perfekt. Hoffentlich diesmal ohne Glitch. Super. Hier lang. Dammt. Ich hab' das nie gesprungen. So. Auf, hier geht's. Oh, das war knapp. Zack. Zack. Tschüss. Tschüss. Und nochmal. So. Tschüss. Verdammt. Ich denk' die ganze Zeit, dass er gleich schießt. Ich muss auch dieses Ding-Ding beräuschachten. Ihr seid so fies. So. Dafür muss man ein bisschen warten. Stimmt's? Tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt so gesprungen. So. Und ab. Junge. Mal. Ho. Ho. Tschüss. Ich muss mich ausweichen. Perfekt. Runter. Jetzt. Was? Das war falsch. Das war falsch. Mal falsch. So. Tschüss. Perfekt. Tschüss. 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 Ich werde die wahrscheinlich noch öfters von mir hören, ja? Shit. Wie hätte ich der jetzt ausweichen sollen? Ich glaube, indem ich einfach weiterlaufe, oder? Aber beiden noch einmal. Ich glaube, es gab dieses Mal keinen Glitch. Oh, das war dumm. Oh, meine Beine werden gerade schwach. Ich weiß nicht, ich habe mich vergessen. Ich habe nicht so zu tun, du weißt, dass meine Papse liegt auf mir und ist schwer. Oh Gott, meine Güte. Normalerweise ist die nicht so schwer. Aua. Jetzt habe ich nicht so zu tun, du weißt, ich fühle mich nicht, als ob ich krank werde. Rampann soll sie nicht liegen. Oh. 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 Oh Gott. Oh, ich weiß nicht, was ich hier gerade fertig macht. Die hat wohl zugenommen. So, bitte, wenn ich kann laufen können. Naja, die müssen jetzt jeweils runter. Dann fahrt man sich aufstehen und sich züttern. Nein! Oh, ich dachte, das schaffe ich. Und sie haben mich beide erwischt. Dieses Level jetzt schon gerne in diesem Part schaffen. Sonst haben wir nichts vorzuleisen. Und schieß nochmal. Das war knapp. Immerhin komme ich meistens bis zu dieser Stelle. So. Oh, ich wollte doch gleich springen. Wieso bist du nicht gesprungen bei Nidgirl? Nochmal. Hoch mit uns. Schie. Und Schie. Begabt. Springen ausweichen, springen ausweichen, springen ausweichen. Und alles im richtigen Timing. Nein! Oh Gott, diese Stelle. Wie soll ich denn an der vorbeikommen? Ich habe mir jetzt noch nicht den richtigen Sprung raus. So, hoch mit uns. So, hoch mit uns. Wieder zehn Minuten dabei. Oh, Mist. Die Füße schlafen mal hin. Ich muss das jetzt hinbekommen. Ob mit oder ohne Kapsel auf den Schoß. Die ist wirklich warm, aber... Oh, die Gewicht. Die liegt um nur drei Kilo. Wenn überhaupt. Das Timing hat mich gerade nicht raus. Jetzt runter. Ich werde springen. Die Karten. So, hier hoch. Ach, Schie. 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 Und jetzt. Schie. Mach's hohen. Oha. Wart mal zu. Rüber. Geht's hier lang? Och Mann. Ich dachte, der schießt gleich. Hier noch nicht. Und hoch. Schie. Nochmal. Jetzt. Home. Perfekt. Ausweichen. Hier lang. Äh. Ich wollte doch eigentlich wieder nach drüben. Ich gucke, wenn man vergisst, die Tasten zu drücken. Wieso hat eigentlich die Cotton-Elliga-Füll keine eigene müssen? Die ganze Sende wie in der Light World. Bin jetzt hoch genug schnell. Fuck. Was? Was? Hier lang. Mist. Ich hätte glaube ich an die Wand springen sollen gleich. Hier lang. Schie. Schie ist schon. Für mir das doch nicht dann. Ich möchte in diesem Part etwas vorweisen können. Ich bin doch gestrungen. Ich bin doch gestrungen. Die. Sehr gut. Ich werde langsam besser hier. Die wird mich nicht erwischen. Und du willst mich auch nicht. Zack. Ausweichen. Ziehe genommen. Kann ich nämlich hier lang. Ich bin doch bitte gesprungen, ich hätte eine zehnte Sekunde früher abspringen müssen. Zack. Ich bin ja noch nicht an den beiden vorbeigekommen. Und dann bin ich noch nicht an der letzten vorbeigekommen. Oh shit! Und zack. Hopp. Okay. Schieß schon. Schieß. Schieß. Pff. Nächste. Oh, wie geht's? Oh, Mann! Zack. Okay. Oh, das war knapp. Ich weiß ungefähr, wie der Punkt auszuführen ist. Also, wie gesagt, die Ausführung selbst ist kacke schwer. Gut, also es kommt nicht die Dark, weil ich mein, was erwarten wir hier? Dass es leicht ist? Ach, man stirbt ja schon im Forest. Nein! Nein, wir hätten es fast geschafft! Ich dachte, sie wird worden das Ziel. Wenn wir da oben sind, kann aber nur noch hier oben die eine Kanone treffen. Das ist gut. Das müssen wir uns merken. Das müssen wir noch der einen ausweichen müssen. So. 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 Und zack. So. So. Nein! Verdammt! Ich muss gleich nach unten. Ich weiß, wie dieser Sturm geht. So. Und jetzt hier lang. Genau. Jetzt warten. Zieht er nach unten. Während der nicht bombardiert. Genau. Hier können wir uns nämlich schön Zeit lassen. Müssen wir sogar. Hier. Im ersten. Dann muss er hier lang. So. Und während der jetzt Ziel nimmt, bringen wir... Shit. ...an die Wand. Wenn wir ausweichen. Hier nochmal zielen lassen. Dann hier immer schon die Wand wechseln. Während der Ziel nimmt. Und dann, wenn er geschossen hat, wird gewechselt. Vorher nicht. Sag ich doch. Vorher nicht. Das müssen wir nicht so oft. Das wird eigentlich recht schnell. Die Wand hier. Es ist Zeit auf dem Nächste. Tschüss. Tschüss. Mein Hals ist ganz trocken. Schildt nicht schon wieder. Ich hab zu wenig getrunken heute. Vorne hatte ich Miesanfälle gehabt. Und oh. Dann hab ich voll Halsschmerzen gehabt. Da ist irgendwas in meinem Hals los hochgekommen sein. Und danach tut mir oft mal der Hals weh. Wenn ich dann noch so viel rede und nichts trinke, belaste ich das Ganze noch mehr. Einmal kann ich kein pausendusch trinken hier. So. Och nöööö! Komm schon! Ich müsste das schaffen! Was?! Irgendwie... haben meine Finger eben nicht getastet das Gewicht oder sowas. Fühlschon? Hoch. 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 Über. Die Kopfhörer werden unangenehm. Wie lange? Oh nein! Ich hätte doch ein bisschen länger warten müssen, bevor ich diesen Sprung mache. Wie habe ich das denn eben gemacht? Der Titel kann erinnern. Wie geht es denn? So. So. Dies und jetzt kann ich hier rüber. Und. Wie lange? Krass! Ich habe zu früh die Wand gewechselt. Innen. Innen. Wieder an diesen schwierigen Kanonen vorbei. Hoch. Schießt. Jetzt gehe ich hier rüber. Schafft. So. Jetzt runter. Hier vorbei. Ich bin doch gesprungen. Zack. Gefänglich habe ich diesen Partilie ja nichts vorzuweisen. Echt schwieriges Leben. Ja, dann bin ich schon wieder vertan. So, wie ging das jetzt? Ich erinnere mich gerade irgendwie ein paar nichts. Äh, ja, hier springen lassen. Genau. Oh, das ist doch knapp. Hier hochklettern. Und rüber. Boah, jetzt hätte ich mich fast noch hier treffen lassen. Zack. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich muss da echt springen. So, wie stimmig. Also runter. Was? Bin doch gesprungen. So. Ja, dann vorbei. Zack. So. 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 Ja, lang. So, Ziel nehmen. Bisschen rüber. Verdammt, ich bin doch die Wand zu schnell gewechselt. Runter. Und, äh, ich hab's nicht mehr. Mein eingeschlaufe Füße ist grad nicht so leicht. Zack. Zack. So. Hier lang. Wie? Darf ich echt nicht zu schnell die Wand witzeln? Auch nö, jetzt hat der andere mich erwischt. Zack. Hier rüber. Verdammt! Wie lang soll ich's noch probieren, bevor ich hier aufgebe und die Art jetzt nicht zu stehen lasse? Das ist ein Schiff. Zack. 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 Die hat mich wieder erwischt. Oh. Oh. Hier rüber. So. Und los. Hoch. 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 Schieß. Schieß. So. Runter. Hier lang. Hat geklappt. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich höre sie noch. Ich höre sie noch. Ja viele Bandit Scrolls haben's nicht stehen geschafft. Die meisten sind da gestorben, bei den beiden. Okay, zurück zur Karte. Ich will noch mal kurz in die Elf gucken. Das hat das nicht geschafft. Jetzt. Zurück zur Karte. Nicht gemacht. Nee, ich wollte noch mal in die Leitwelt gucken. Ja, da haben sie auch geschafft. Komisch. Ich bin nämlich gar nicht da dran. Ja, okay. Achso, ja, ich musste ja die 12 machen. Ich eh ne, die Elf mache ich nämlich gerne, weil ich ja nicht freigeschaltet bin. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich helfe mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.